Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, der amerikanische Präsident Barack Obama hat diesen Satz gesagt, wir sind die erste Generation, die die Auswirkungen des Klimawandels erleben werden und wir sind die letzte Generation, die dagegen noch etwas tun können. Wir reihen uns in dieser Landtagssitzung in die Reihe derjenigen ein, die hier Gesetzentwürfe vorlegen. Insgesamt sind es ja sieben Stück. Das also auf die Frage, warum kommen wir da relativ spät, die ja dann sicherlich von der Regierungsseite kommen wird. Der Grund ist, wir haben auch da über diesen Punkt sehr lange in der Fraktion diskutiert, wir sind schon länger dabei, über ein solches Klimaschutzgesetz nachzudenken, ist tatsächlich, dass die Ergebnisse von Paris durchaus optimistisch stimmen können, das was dort erreicht wurde. Aber in konkretes politisches Handeln wird das praktisch kaum übersetzt. Und das sehen wir bei verschiedenen Entwicklungen, die zurzeit auf Bundesebene laufen. Das Land selber hat sich, anders als wir das gerne möchten, mit einem Klimaschutzgesetz einen Aktionsplan Klimaschutz gegeben. Durchaus eine vorbildliche Sache, der ist im Jahr 2010 herausgegeben worden. In diesem Plan, in diesem Aktionsplan wurde ein Minderungsziel von 40% plus X definiert für das Jahr 2020. Wie gesagt, im Jahr 2010 herausgegeben. Dieses Minderungsziel ist praktisch 1995 eigentlich erreicht worden. Das heißt also, fünf Jahre bevor das Ziel herausgegeben wurde, war dieses Ziel praktisch schon erreicht. Fünf Jahre, 15, korrekt, richtig, sogar 15 Jahre. Kleiner Rechenfehler. Also, 15 Jahre vor der Herausgabe des Ziels. Wer die Diskussion in Mecklenburg-Vorpommern ein bisschen kennt, weiß auch, warum dieses Klimaschutzziel so wenig ambitioniert war. Es sollten in die hohen Ausbauzahlen, die es ja durchaus gab, im Bereich regenerative Energien, die darauf hindeuteten, dass weit mehr möglich ist, immer noch das Steinkohlekraftwerk in Lubmin hereinpassen, um dann gegenüber der Bundesregierung sagen zu können, mit euren minus 40% seid ihr doch bei uns gut angekommen. Denn wir wollen ja auch genau das, was ihr auf Bundesebene wollt. In den USA, und da kann man tatsächlich mal von lernen, ist es so, dass die Klimaschutzziele auf die einzelnen Bundesländer differenziert verteilt wurden. Also, jeder wurde nach seinen konkreten Möglichkeiten beurteilt, um dann einen Gesamtbeitrag zu liefern. Aus meiner Sicht ist dem auch die Landesregierung bei der Erstellung des Landesenergiekonzeptes gefolgt. Und ist nicht mehr davon ausgegangen, was müssen wir für dieses 40% plus X in Mecklenburg-Vorpommern leisten, sondern was ist der Beitrag des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Erreichung der Klimaschutzziele auf Bundesebene. Und da sind wir zu der Erkenntnis gekommen, da es über Fläche läuft, 6,5% des Stromverbrauchs der Bundesrepublik Deutschland sollten in Mecklenburg-Vorpommern regenerativ erzeugt werden. Dieser Ansatz ist ausdrücklich richtig. Nun haben wir uns im Energieausschuss mit der Aktualisierung des Aktionsplans Klimaschutz beschäftigt. Und wir können dort feststellen, danke nochmal für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit der Erarbeitung beschäftigt haben. Da steckt eine Menge Arbeit drin, möchte ich auch deutlich betonen. Aber es sind kaum Erkenntnisse aus einer Evaluierung zu sehen. Was ist denn jetzt geleistet worden auf Seiten der Landesregierung konkret? Wo sind denn noch Defizite und was müssen wir tun, um diese Defizite zu beseitigen? Genau das sollte ja der Plan sein. Eine zweite Erkenntnis, die dazu führte, warum ich ein Klimaschutzgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern für sinnvoll halte, sind die heftigen Diskussionen auch in Rostock zum Thema Anschluss- und Benutzungszwang, zum Thema Fernwärme. Jetzt kann man durchaus, wenn man unsere Landesverfassung kennt, auf den Paragrafen 15 der Landesverfassung hinweisen, wo dieser Anschluss- und Benutzungszwang ausdrücklich gestattet und darauf hingewiesen wird. Aber die Begründung, die dort drin steht, ist, man darf ausdrücklich nicht auf die Wirtschaftlichkeit zum Beispiel des Betriebs des Fernwärmenetzes hinweisen, sondern es müssen höhere öffentliche Belange dahinter stehen. Das soll natürlich auch Privatpersonen vor unzulässigen Eingriffen der Kommunalvertreter sozusagen schützen, die einfach nur sehen, dass sie ihr Stadtsäckel füllen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auf Landesebene klar definieren, dieser Anschluss- und Benutzungszwang muss klimapolitisch begründet werden. Das ist der Grund, warum wir das Ganze brauchen und deswegen muten wir Bürgerinnen und Bürgern auch eine gewisse Erschwernis zu, die sagen, ich hätte mir aber eine Ölheizung auch gut vorstellen können, obwohl ich mitten im Fernwärmegebiet liege. Wir wollen, was viele Kommunen schon machen, ausdrücklich die Klimaschutzkonzepte der Kommunen unterstützen und es deutlich machen, dass diese Klimaschutzaufgabe eine Aufgabe ist, die für uns eine Art Pflichtaufgabe der Kommunen ist. Das heißt nicht, dass wir jetzt jeden dazu zwingen wollen, in den Kommunen, die noch keinen Klimaschutzberater haben, einen solchen einzustellen, eine solche Stelle zu schaffen. Aber wir wollen die Stellen, die in vielen Städten schon geschaffen wurden, ausdrücklich schützen und sagen, auch wenn ihr Haushaltsprobleme habt, das folgt unserem Ansatz. Wir wollen im Land Mecklenburg-Vorpommern etwas für das wichtige Thema Klimaschutz tun und deswegen ist es gerechtfertigt, obwohl ihr keinen ausgeglichenen Haushalt habt, dass ihr genau solche Stellen habt. Und wir sehen auch das Potenzial der Einsparungen an Ausgaben für Heizung, Strom und Wärme, wenn ihr eine solche Stelle bei euch eingerichtet habt. Wir wollen außerdem auch das große Thema Fördermittelvergabe des Landes deutlich unter diese Überschrift, was kann für den Klimaschutz im Land Mecklenburg-Vorpommern getan werden, stellen. Mehrere Bundesländer haben inzwischen ein solches Klimaschutzgesetz oder es heißt zum Teil auch Energiegesetz verabschiedet. Es sind noch ganze vier Bundesländer übrig, die das noch nicht überlegt haben. Berlin gehört dazu, Bayern dazu, Mecklenburg-Vorpommern. Und wir glauben, es ist an der Zeit, dass wir in unserem Bundesland darüber nachdenken. Nun vermute ich, dass die Landesregierung dieses Gesetz heute hier nicht durchwinken wird, sondern, ja, das ist zu vermuten, aber ich hoffe, dass es für die nächste Legislaturperiode der Anlass sein wird, eine solche Idee rauszuholen und zu sagen, wir brauchen sie dringend. Weil wir leben in einer Welt, wo sich zunehmend Sachen verrechtlichen. Das muss ich nicht im Einzelnen und im Detail gut finden. Ich sehe das durchaus ja auch kritisch. Aber wenn alle möglichen Aufgaben immer genauer definiert werden per Gesetz, dass das Thema Klimaschutz aber eher eine allgemeine Aussage bleibt, dann gerät es zunehmend bei Abwägungsfragen unter die Räder. Das ist in der Natur der Sache. Und deswegen glauben wir, wenn es ein wichtiges Thema ist, dann müssen wir uns hier ein klares Ziel setzen. Wir haben in unserem Gesetzentwurf auch solche klaren Ziele definiert. Wir haben gesagt, bis zum Jahr 2020 sollten wir auf einen Zielwert kommen von vier Tonnen pro Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern. Bundesweit liegen wir, glaube ich, zwischen zehn und elf Tonnen. In Mecklenburg-Vorpommern im Schnitt bei acht Tonnen. Deswegen sind vier Tonnen durchaus ein ambitioniertes Ziel. In Rostock ist das für die Einwohnerinnen und Einwohner durch einen sehr hohen Anteil der Fernwärme schon erreicht worden. Und das Steinkohlekraftwerk hat nur nicht direkt was mit Rostock zu tun, sondern ist ein landesweit bedeutsames Kraftwerk. Aber wir haben ja auch kein Problem, wenn ihr das so definiert, liebe SPD. Dieses Kraftwerk würden wir gerne möglichst schnell abschalten. Und wir glauben, das wäre einer der größten Beiträge. Wir haben andere Kraftwerke in Mecklenburg-Vorpommern, die dort in die Stromproduktion einsteigen können. Moderne Gaskraftwerke in Rostock, Schwerin, Greiswald und anderswo, die zum Teil heruntergeregelt werden müssen, damit die Kohle Vorrang noch haben kann in unserem Bundesland. Also da sind wir gerne bereit, über dieses Ziel nachzudenken. Aber ohne das Steinkohlekraftwerk sind wir in Rostock sehr vorbildlich. Es zeigt, vier Tonnen pro Einwohner gehen, sodass das Ziel nicht zu hoch ist. Und für das Jahr 2050 haben wir das Ziel von einer Tonne vorgesehen. Das ist sehr ambitioniert, aber beschreibt das, was auch der Wissenschaftliche Beirat für dieses Thema der Bundesregierung sagt, wenn wir einen Budgetansatz weltweit für richtig halten. Das heißt nicht einfach sagen, weil wir in den Industrieländern ja schon relativ verbrauchen, wäre das relativ unzumutbar, wenn wir jetzt zu stark einsparen müssen. Das ist übrigens so die These der Republikaner in den USA. Sondern wir wollen, dass die Menschen weltweit ein Stück weit gleiche Rechte genießen. Und das bedeutet, vor allen Dingen die Industrieländer müssen massiv einsparen, damit wir dieses Ziel erreichen. Während natürlich in Entwicklungsländern eine gewisse Entwicklung dringend erforderlich ist, um dort sozial- und medizinische Standards und so weiter zu erreichen, die mit unseren vergleichbar sind. Das übrigens auch würde die Fluchtursachen erheblich bekämpfen. Also kein Gesetz kommt aus dem Parlament so raus, wie es reingegangen ist. Man kann genau über solche Zielvorstellungen diskutieren. Ich würde mir wünschen, dass wir in den zuständigen Ausschüssen darüber auch diskutieren können. Und würde mir wünschen, dass Sie zumindest dieses Gesetz in die Ausschüsse überweisen. Wenn es dann in dieser Legislaturperiode nicht mehr zu einem Beschluss kommt, dann ist das so. Aber es sollte Anlass sein, in der nächsten Legislaturperiode für die neue Landesregierung genau über ein solches Gesetz nachzudenken. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.